Yo, Friends, wir sitzen bereits jetzt einfach schon im Auto zum Flughafen. Und ich muss sagen, ich bin mega happy, denn Andrea und ich werden einfach zusammen nach Berlin fliegen. Doch zuerst kam der Check-In und ich hatte echt Angst, dass ich Übergewicht habe, aber ich hab's tatsächlich nicht. Und Andrea hatte einfach drei Gepäckstücke dabei. Insgesamt 60 Kilo, wie ist das möglich? Als wir dann noch durch die Security-Check-In gekommen sind, waren wir dann auch schon beim Gate. Und dann hab ich mich noch von Tobi verabschiedet, denn der hatte leider einen anderen Flug. Und dann ging es für Andrea und mich auch schon ins erste Flugzeug für heute.